Zwei getriebene Röhren, unzählige Tonnen bewegte Steins, jede Menge verbauter Tunnel abetont. Der Jagdbergtunnel auf der Baena, eines der größten Bauprojekte des Staates. Doch bevor tausend Autos und LKWs durch den neuen Tunnel der A4 lollen, wird erst einmal gereiert. Das Land lädt sie ein zum so großen Familienfest. Mit Fahrten durch den Tunnel in Bussen, mit einer Aussichtsplattform in Cabrio Höhe, mit einer großen Bühne, mit Musik und Show, in 70 Metern Höhe, groß und klein. Am 23. August ab 10 Uhr am Jagdbergtunnel. Alle Infos zum Tunnel und zum Fest, verbautertunnelabetont.de Komm schon, komm schon, komm schon, bitte, nicht hier. Warum? Warum ausgerechnet nicht hier? Ein Tonto muss fahren, wenn der ICE für kurze Zeit. Von Köln nach Sasel kommt. Darum jetzt zur ATU und ICE wechseln. Für nur einen Euro zuzüglich Öl und Werkstättenfilter. Ab sofort in allen ATU-Werkstätten Verschleiß. ATU Meister gegen den Scheiß. Sieß.